Hallo zusammen! Jeder weiß, dass ein ausgewogenes und gesundes Frühstück notwendig und wichtig ist, um den Körper jeden Morgen mit Energie zu versorgen. Gerade in der Hektik am Morgen verzichten jedoch viele Menschen auf diese subwichtige Mahlzeit. Hierunter leidet nicht nur der Hormonhaushalt, sondern auch der Blutzuckerspiegel, der dann durch den Hunger beeinflusst wird. Dieses führt langfristig zu erhöhten Cholesterinwerten und hohem Blutdruck. Menschen, die ganz auf das Frühstück verzichten oder sehr spät am Tag essen, neigen darüber hinaus zu einem höheren Herzinfarktrisiko. Daher solltest du, auch wenn du in Eile bist, dem Frühstück die notwendige Aufmerksamkeit schenken. Dieses ist nicht nur für deinen Körper ein optimaler Start, sondern auch dein Geist kann sich mental auf den Tag vorbereiten. Eines der besten Lebensmittel zum Frühstück sind Haferflocken. Diese sind nicht nur schnell zuzubereiten, sondern auch ideal für eine Gewichtskontrolle und darüber hinaus sehr günstig. Hafer ist ein glutenfreies Vollkornprodukt und wird in der Regel in Form von Kernigen und zarten Flocken verzehrt. Egal, ob du diese als Haferbrei oder als Müsli zu dir nimmst, achte beim Kauf darauf, nicht mit Geschmack zugesetzte zu wählen. Diese haben eine Menge Kalorien durch den hohen Zuckeranteil. Im heutigen Video erklären wir dir, warum Haferflocken viele Vorteile für deine Gesundheit haben und warum diese gesund sind. Viel Spaß! Nummer 1. Haferflocken sind gesund. Aufgrund der Nährstoffbilanz sind Haferflocken gesund, da sie viele Ballaststoffe, Mineralstoffe und wertvolle Vitamine enthalten. 100 Gramm Haferflocken haben 370 Kalorien, 63 Gramm Kohlenhydrate, 13 Gramm Eiweiß und nur 7 Gramm Fett. Nummer 2. Haferflocken halten lange satt. Die vielen Ballaststoffe, die in Haferflocken enthalten sind, halten dich lange satt. Dabei produziert der lösliche Ballaststoff Beta-Glucan ein Gelfilm, der die Entleerung des Magens verlangsamt. Darüber hinaus setzt Beta-Glucan, ein Sättigungshormon frei, was dazu führt, dass du weniger Kalorien aufnimmst. Nummer 3. Haferflocken helfen dabei, Herzerkrankungen vorzubeugen. Folgen eines zu hohen Cholesterinspiegels sind in der Regel Herzerkrankungen. Der Ballaststoff Beta-Glucan, der in Haferflocken enthalten ist, senkt nachweislich den schlechten LDL-Anteil und sorgt für einen guten Cholesterinspiegel. Das liegt daran, dass durch Beta-Glucan mehr cholesterinhaltige Kalle ausgeschieden wird, wodurch weniger Cholesterin im Blut zirkuliert. Nummer 4. Haferflocken senken den Blutzuckerspiegel. Durch den Ballaststoff Beta-Glucan verbessert sich die Insulinempfindlichkeit und der Magen entleert sich langsamer, sodass weniger Glucose ins Blut gelangt. Hierdurch wird der Blutzuckerspiegel gesenkt. Daher sind Haferflocken besonders gesund für Menschen, die an Diabetes Typ 2 leiden, wirken aber auch präventiv, da ein zu hoher Blutzuckerspiegel zu Diabetes führen kann. Nummer 5. Haferflocken helfen bei Verstopfungen. Der hochkonzentrierte Anteil von Haferkleie, der sich als Schalenrückstand an den Haferkörnern befindet, wirkt verdauungsfördernd und hilft bei Verstopfungen. Dabei quellen die unverdaulichen Pflanzenfasern der Keime im Darm auf, wodurch der Stuhl gelockert wird. Nummer 6. Haferflocken enthalten viele Antioxidantien. Hafer enthält viele Antioxidantien. Besonders das Avenantramid aus der Gruppe der Polypinole kann dabei helfen, den Blutdruck durch eine höhere Produktion von Stickoxid zu senken. Der Stickoxid weitet die Blutgefäße und verbessert den Blutfluss, sodass Ablagerungen verringert werden, was zu einer besseren Cholesterinbilanz führt. Zudem können Avenantramide Entzündungen und Juckreiz entgegenwirken. Die Zytokine, die im Hafer vorhanden sind, regulieren das Zellwachstum und können ebenfalls Entzündungen in den Arterien verhindern. So, nun weißt du, warum Haferflocken so gesund sind. Esse also gerne zum Frühstück Haferflocken. Gesunde Toppings, wie zum Beispiel Äpfel, Erdbeeren oder Nüssen ergänzen dein Frühstück und lassen es nie langweilig werden. Deine Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn du deine Meinung mit uns teilst und einen Kommentar hinterlässt. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns mit einem Daumen nach oben und teile diese mit deinen Freunden. Um keine weiteren Tipps, Tricks und interessante Informationen zum Thema Gesundheit zu verpassen, abonnier unseren Kanal und wir sehen uns bald wieder.